Noch ein bisschen höher? Ja, ich glaube, mein ist über 2 höher, aber das ist eigentlich gleich. Ja. Warte noch. So. Dann kann ich noch einmal. Ah nein. So. Jetzt sind wir glaube ich gleich, oder? Oder noch eins? Nein, das ist schon gut. Du kannst auch so viel bauen, dass du da ein bisschen mehr hast. Rundherum bauen. Hm. Wenn du willst. Schon gut. So. 3, 2, 1, go. Hey, wo bist du? Das Zeug kann ich ja gar nicht reparieren, weil das gar nicht zu ihm gehört. Ich zieh dich nicht. Ich zieh dich nicht. Oh. Und das kann natürlich noch. Bis das Blut ist, dass ich nicht voll Schadet kassieren kann. Töne. 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 Geht's weiter? Wie? Geht's weiter? Ja schon, ich kann aus wie sie eine Treppe noch falsch... ...verkehrt. Naja, ist ja gleich. Wo bin ich? Ist das ein Snipe? Nein, das ist ein Infrarot-Ding. Aber es ist auch eine Fernkampfwaffe. Wenn du da schon das Zeug abbaust, kann ich auch wieder... Ah, toll. Hä, wo bist du? Hä, wo bist du? Wacht noch? Wacht noch? Ein bisschen sprayen. Was mache ich? Was mache ich? Aber was mache ich? Was mache ich? Ja! Noch vier Minuten. Okay. Ja, aber dann fängt erst der Sturm an, oder? Ja. Und du bekommst in die Zone und dann hat's halt... ...triffst du dich? Definitiv nicht. Also für mich sieht die neue Sniper immer noch wie ein Staubsauger aus vorne. Hast du das Ding schon mal angeschaut? Nein. Äh, wo bist du? Ich bin immer noch da. So. Hallo. Oh, da hinten hat's das Lama. Bro. Hm? Wo das Lama ist? Nein. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Südwesten, 240. Ah. Oh. Oh. 12. Ich weiß nicht, ob ich das nachgelassen habe. Er hat... Er war zufrieden. Dann muss ich das mal ausprobieren. Es ist nicht so, dass weisenmutter. Ich muss es nicht auf. Was soll es sonst? Und dann ist es? Oh, das ist es nicht... Es ist nichts... Was soll ich noch? Oh, das ist hier. Oh, das ist nicht ... Das war's für heute. Hallo? Ja? Nein! Ja genau, das kann nicht sein! Hast du auch ein Jagdgewehr? Äh, hab ich auch, ja, wieso? Hast du mit dem Amix geschossen? Äh, ja ab und zu mal, ja. Wieso? Ich finde das eigentlich viel besser als bei deinem Normalsniper. Also ich schiesse eben mit einem schweren Sniper auf dich. Ja. Aber die macht halt so viel Damage. Einmal, eben, darum bist du auch die ganze Zeit am Bauen da. Weil wenn ich einmal drauf schiesse, ist das Zeug kaputt. Ich kann auch mit dem Jagdgewehr auf dich schiessen, aber mit dem treffe ich weniger gut. Ja. Ja. Oh. Oh, die Zone kommt. Die Zone kommt. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Warum? Das ist das Jagdgewehr gewesen. Ja. Keine Chance. Wenn ich dich noch sehe und du kommst rauf und bam, habe ich keine Chance. Wir wollen mal den Platz tauschen. Kann man schon? Kann man schon, ja. Ja. Okay, dann gehe ich runter. Bist du dort? Ich bin schon dort. Mal kurz, ich baue da noch ein bisschen. Was ist los? Mal kurz, ich baue das da noch mal. Ja. Das brauchen wir nicht. Machen wir uns auch ja gerade los. Okay. Ich bitte schroten. Blöd Waffel ich dann mag. Oh. Okay. Das war's. Ja genau, das kann nicht sein. Ich gehe in die Zone.